Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu unserem Deutschkurs. Ursachen, schlimme Fragen und die Versuche der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit eingegangen wird. 在上节课上,我们通过阅读一篇课文,了解了失业这个社会问题的原因、后果, 以及政府和国家为了解决失业问题所采取的措施手段. Arbeitslosigkeit ist ein Problem für die gesamte Gesellschaft. 失业是整个社会所面临的问题. Gesamtgesellschaftliche Fragen der Arbeitslosigkeit sind unter anderem Verlust von Steuern und Sozialabgaben, hohe Kosten für Arbeitslosengeld, Verlust der Kaufkraft des Einzelnen und damit Reduzierung der Binnennachfrage, Anstieg der Kriminalität und politische Instabilität. 这些问题会对全社会带来严重的后果. 比如说, Verlust von Steuern und Sozialabgaben. 税收以及各种社保金的损失. Horhe Kosten für Arbeitslosengeld. 失业救济金的巨大成本. Verlust der Kaufkraft des Einzelnen. 失业者会失去购买力. Und damit Reduzierung der Binnennachfrage. 那随着购买力的消失, 国内需求也会降低. Anstieg der Kriminalität. 但犯罪或增加. Und politische Instabilität. 政局会不稳定. Stabil 稳定. Stabilität. 稳定的名词. Instabilität. 不稳定. Auch die möglichen individuellen Folgen der Arbeitslosigkeit darf man nicht vernachlässigen. 同样,对于失业可能会对个人带来的后果 我们也不可以呼吸。 insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit verursacht oft psychologische und gesundheitliche Probleme Entqualifizierung, das heißt Entwertung der bisher erlernten Qualifizierung, gesellschaftlich-kulturelle und soziale Isolation, Stigmatisierung, Familiäre Spannungen und Konflikte schuld Gefühle, Aggressivität und Finanzielle Probleme. 除了对国家社会造成的严重后果以外, 对于失业者个人来说, 长期的失业也会造成心理以及身体的各种问题。 Entqualifizierung 我们知道qualifizierung是让你获得从事某个职业 或者做某件事的资质, 而Ent就是要把这种资质去除。 括号里的解释是Entwertung der bisher erlernten Qualifizierung, 也就是你原来所获得的从业资质 慢慢的不值钱了, 还会引起社会文化方面或者社会孤立。 德里有个词叫Stigmatisierung, 会引起家庭关系的紧张, Familiäre Spannungen, 以及家庭矛盾,家庭冲突, Conflikte, 会引起失业者的负罪感, Schuld Gefühle, 就是觉得都是我自己的错, Agressivität, 攻击性 und finanzielle Probleme 还有各种经济问题。 还有各种经济问题。 Die Folgen von Arbeitslosigkeit beschränken sich nicht auf die Arbeitslosen selbst. 然而失业的后果 并不仅仅局限在失业者本身身上。 Auch für nahe Angehörige kann Arbeitslosigkeit eine gravierende Beeinträchtigung von Wohlstand, Selbstachtung, Sozialem Ansehen und Lebenschancen bedeuten. 对于失业者身边的家人来说, 失业也可能意味着在家庭财富, 自尊, 社会声望, 或者生活机会方面的重大损伤。 Eine Gravierende Beeinträchtigung, 我们知道动词 Beeinträchtigen 是妨碍损害的意思, 而 Gravierende 这个第一分词 表示的是深刻的、严重的。 所以失业 对于失业者的身边人来说 也可能在各种方面 造成重大的伤害。 Wie verändert sich das Leben wenn man arbeitslos wird? 如果一个人失业了, 那他的生活 会发生什么样的变化呢? Das sagt uns ein Hörtext. 那么这个问题的答案 我们会在一篇 听力课文中找到。 Ja gut, lernen wir in dieser Stunde zuerst die Vokaben von den Hörverständnis, und dann werden wir durch einen Hörtext einen konkreten arbeitslosen Mann kennenlernen。 好,让我们在这节课上 首先来学习 听力课文的相关单词, 然后在听力理解部分 让我们一起来了解 一位失业者的真实生活。 好,先来看 听力课文的相关单词。 Der Schlosser die Schlosser Der Schlosser die Schlosser 前功 Ein Schlosser ist jemand, der beruflich besonders aus Metall oder Eisenprodukten herstellt oder der Maschinen repariert oder der Maschinen repariert. Schlosser 就是职业 oder Schöden zu bezahlen 当一家企业 没有能力再去支付 货品服务 或者它的负债的时候, 那么它处于的这个状态 就是 Concourse 对于你还有一个单词 可以表示破产 就是 Bankord Bankord Der Gummireifen Die Gummireifen Der Gummireifen Die Gummireifen 这个负荷就两部分组成 Gummireifen 所以很明显 Ein Gummireifen ist ein Reifen aus Gummireifen 那么一般来说 一辆车辆的轮子 就需要装上 Gummireifen 这里有一个词叫 Mit etwas ausgestartet ist 就是 配备有 装备有 什么的意思 Unbauen Unbauen 可以做集物 也可以做不集物动词 这个可分动词 可以从 Bauen的基本意义上 进行拓展 Bauen 是制造机器 或者建造房子的意思 而 Unbauen 我们讲过很多次了 有转换的意思 所以 Etwas umbauen bedeutet Etwas durchbauen verändern 也就是通过建造 来改变它 所以就是 改造 Zum Beispiel Eine Mühle in ein oder zu einem Wohnhaus umbauen 把一个墨房 改建成一个居民楼 同学们记不记得 前两节课 舒老师给过一个 类似的例子 把一个墨房 改造成一个饭店 当时也用了一个 带有前缀um的动词 记得是哪个吗 umwanden umwanden 我们可以说 Etwas in etwas umwanden 把什么 改变成什么 umwanden 搭配的介词是 in 而这里的 umwanden 既可以用 in 也可以用 zu 还有 在进行建筑改造的时候 为了表示向周围 居民的抱歉 往往在建筑物上 也会进行说明 Wir bauen um Wir bitten um ihr Verständnis 我们正在改造 请大家谅解 那么这里的 umwanden 用的就是 不久的用法 再记一个 umwanden的名词 也就是umwanden的词干部分 Der umbau Der umbau Auskommen Auskommen 不及语动词 对付 过得去 这个词同学们 应该非常熟悉了 我们通常的用法是 Mit jemandem Or etwas Irgendwie Auskommen 有某人 或者有某物 可以过得怎么样 或者相反 Ohne jemanden Ohne etwas Irgendwie Auskommen 也就是 没有某人 或者没有某物 过得怎么样 这里通常会加一个 Irgendwie Das heißt Sich auf die genannte 这个句子里面 这个句子里面没有 Irgendwie 只是单纯的否定 Das heißt Ich komme Nicht aus 只有这点薪水 我过不了 过不下去 无法对付 Ich komme Irgendwie Irgendwie 是 GOOD 没有你的帮助 我也应付得很好 Hochlegen 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 GOOD 那么一般来说 它的四个冰语呢 得是一个身体部位 Einem Kuppertai für längere Zeit in eine erhörter Position bringen 这和Hochlegen 的字面意思 完全相符 指的是 把身体的某一个部位 较长时间地 放在一个较高的位置上 Zum Beispiel Die Beine hochlegen Die Beine hochlegen 是不是很有画面感呢 把两条腿高高的翘着 休息一下 Anspruch auf etwas haben Anspruch auf etwas haben 此组 有权要求得到 这里的Anspruch 其实就是 Recht的意思 你看他们两个 搭配的字都是一样的 Anspruch auf etwas Ansrecht auf etwas 有权力 要求某物 Das heißt rechtlich begründete Forderungen in Bezug auf jemanden oder etwas 通常指的就是 合法的要求 要求某人 或者某物 Zum Beispiel 每一个职员都有合理的权利 要求根据他的资质 来得到报酬 那这里的Anspruch 很明显 就是合法 合理的一个要求 一项权利了 把某人或者某物 介绍给某人 注意 括号里的 是三格 后面的 才是 的四格兵语 那么四格 就是我们介绍的对象 而三格 是介绍给谁 Das heißt jemandem helfen eine Person oder Sache zu bekommen die er zu einem bestimmten Zweck sucht 向某人介绍 他因为出于某个目的 在寻找的某人 或者某物 例如 我给某人 介绍了一份工作 就可以说 jemandem eine Stelle vermitteln jemandem eine Stelle vermitteln 当然 如果我给某人 介绍了个女朋友 那就是 jemandem eine Fonding vermitteln 如果某人 在找房子 就是 jemandem eine Wohnung vermitteln Hards Concept Hards Concept Hards 方案 Hards Concept is eine bezeichnung für Vorschläger der Commission für moderne Dienste Leistungen am Arbeitsmarkt kurz Hards Kommission genannt die am 22. Februar 2002 eingesetzt wurde in Deutschland unter der Leitung von Peter Hart tagte und im August 2002 ihrem Bericht vorlegte sie unterbreitete Vorschläge wie die Arbeitsmarkt Politik in Deutschland effizienter gestaltet und die staatliche Arbeitsvermittlung Reformiert Werden Sorte Hartz 方案 是德国 政府 在2002年 开始逐步 推行 针对失业人口 调整 救济内容 培训 和促进 再就业的 社会改革方案 因为当时 经济比较萧条 大量人员 失业 同学们还记得 这个单词吗 Massen Arbeitslosigkeit 社会 社会福利体系 负担很沉重 所以呢 当时 德国政府 当时的德国总理 还是施罗德 德国政府呢 决心改造 整个社会 和就业体制 于是成立了 一个专家小组 也就是我们前面 提到的一个 Commission 委员会 这个委员会的 全名比较长 叫 The Commission for Moderna Dings and Arbeitsmarkt 劳动力市场 现代服务委员会 那比较难说 也比较难记 后来呢 就用这个 委员小组的 负责人的名字 Peter Hatz 用他的姓 Hatz 来命名这个委员会 就叫做 Hatz Commission 那么 Hatz小组 提出的 改革方案 也就被叫做了 Hatz Concept Hatz方案 Hatz方案 主要针对的是 主要是两方面 首先 德国的劳动力市场政策 如何设计的 更加的高效 Efficiante 其次 国家层面的介绍工作 如何进行改革 那在我们的听力课文中 会出现一个概念 叫Hatz 4 Hatz 4 Hatz 4 方案 Hatz小组呢 在2003年 实施了Hatz 1 也就是Hatz 1 方案 那么到2005年 又推出了Hatz 4 也就是Hatz方案 是在实施的过程中 不断修正 不断改良的 这样的一个方案 所以 Herzvier ist die vierte Stufe von der Herzkommission entworfenen Herzkonzept 所以我们可以认为 Herzvier就是 Herz委员会设计出来 Herz方案中的第四阶段 当然在几个方案中最有争议的 也就是 Herzvier了 最后一个单词 Die Kreislaufstörung die Kreislaufstürungen Die Kreislaufstörung die Kreislaufstürungen 循环障碍 有循环障碍的德国人还蛮多的 我们知道 Kreislauf可以指人身体的循环机制或者循环体系 而 Störung呢是干扰 说明身体的循环出了问题 Das ist eine Störung der Regulation des gesamten Kreislaufs oder bestimmte Bereiche der Blutgefäße 指的是整个循环体系 或者特定部分血管的循环障碍 Ja gut Bevor wir den Text hören machen wir noch zwei Wortstürungen um das Verständnis zu erleichtern 好,在做听力理解之前 再让我们通过两个练习 来做一下听力课文中部分词汇的准备 Übung 1 Wie würde man reagieren, wenn man arbeitslos wird? Kreuten Sie an 如果失业了,我们会做出如何的反应? 那么下列都是表示情感,感觉的名词 请同学们选出可能和失业者有关联的单词 那么树老师可以给大家一些提示 一般失去工作之后心情不会好 会有很多负面情绪 所以应该找这个方向的单词 好,不知道同学们选出了哪些 我们一起来看一看 虽然没有正确答案 但是我们也不能选择 比如说高兴啊,满足啊,兴奋啊 这样的词,对吧 好,freude,喜悦 这个就不合适 Wood 生气,怒火 这个应该是可以的 为什么偏偏是我失去了工作? Angst 恐惧,害怕 也很合适 担心自己再也找不到工作 担心后面失去保障 Zufriedenheit Zufrieden解释为满足,满意的 这个不合适 Zorger 担忧,担心 这个也可以 不过要注意 在表示担忧担心的时候 我们比较多的会用附属形式 也就是Zorgen Frustration 沮举丧的,有挫败感的 这个也很形象 Tower 悲伤 也可以 Tower的形容词是 Tower 同学们应该非常熟悉 Glasenheit 不合适 Glasen 这个第二分词 就相当于 Ruich 淡定的 内心平静的 我失业了 我还怎么淡定呢 所以Glasenheit 不合适 Zelfde Zweifel 这个可以 自我怀疑 Zweifel an sich selbst Zweifel an sich selbst 对于自己的怀疑 我到底行不行 Begeisterung 兴奋的 这个也不合适 Verzweiflung Verzweifeln 和Zweifeln很像 同学们要注意 而且这两个词 都是不纠动词 Zweifeln和Verzweifeln 都是不级物 借词也都加 an 但是Zweifeln 是怀疑的意思 但是你怀疑 怀疑到最后 有可能你就绝望了 所以Verzweifeln 是绝望的意思 它的名词是Verzweiflung 失去工作 可能会让一个人绝望 所以Verzweiflung 也非常的合适 Enttäuschung 失望 也可以 Enttäuschung 来自于动词 Enttäuschung 那它的第二分词 Enttäuschung 就是Disappointed 失望的的意思 同学们有兴趣的话 可以查一下这些名词 它们很多都有相应的动词 既然有动词 就可以有第一分词 第二分词 就可以做形容词 往往第一分词表示 令人怎么样的 而第二分词表示 自己的情绪状态 举一个例子 我们就用最后一个 Enttäuschung 令人失望的 叫做Enttäuschung 第一分词 而第二分词 Enttäuschung 就是自己感觉 非常失望的 有被动的含义在里面 练习二要求大家 给一些单词 找到合理的解释 当然 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Beruflich Produkte aus Metall oder Eisenherstädt, zum Beispiel Maschine Repariert. 职业用金属或者铁制作产品 以及修理机器的都可以叫做钱工 Dear Concours Dear Concours 我们刚刚说德语里面还有一个单词叫Bancourt 可以表示破产 所以解释1里面就有Bancourt这个形容词 补充一点 破产的形容词和名词都可以用Bancourt来表示 差别在于一个大写一个小写 这个解释也和书老师前面给出的一样 The umfähigkeit einer Firma waren oder schulden zu bezahlen 一个企业一个公司无力支付货品和负债 以至于sodass ihr Bancourt geht 以至于就这样破产了 同学们可以从这里再学到一个破产的词组 叫Bancourt geht 大家可以想一想 如果我的手机坏了 我们叫capout geht 如果我的手机掉了 叫florn geht 所以gen是可以加一个形容词 表示进入某一个状态 那么Bancourt geht 当然就是破产了 Dear Concern Contain 这个词我们之前学过 那在这些解释里 只有7是比较合适的 mehrere große Firmen 是由中心统一管理的 也就是接收统一的管理 但是他们在法律关系上 这些企业又是各自独立的 我们就叫做 Contain der Concern 企业集团或者垄断组织 Installieren 动词 我们这里大多数都是名词 所以要给动词找解释 应该不难 Zweitens Technische Geräte in der Büro Verwaltung oder Leitungen und Rohr in einem Gebäude Einbauen 这里其实是有点像 举例来解释这个 Installieren 其实同学们从它的前半 Install就可以看出 跟英语其实是一样一样的 安装 那么举例子是用的什么呢 Technische Geräte in der Büro Verwaltung Einbauen 在办公管理领域 安装技术装备 或者呢 Leitungen und Rohr in einem Gebäude einbauen 或者在一种建筑物里面 安装管道 都可以用 Installieren E Fall Automatisch 这是一个形容词 Automatisch 自动的 Fall 强调程度 也就是完全自动化 解释6里面的 Automatisch 其实应该可以 给我们一些提示 In sehr hohe maße mit einer Automatisch ausgestattet so dass der mechanische vorgang selbstständig abläuft In hohe maße 表示 在很高的程度上 In hohe maße 通过配备 高度的自动化 结果是 可以让一个 机械过程 自己独立完成 ablaufen 进行 Selbstständig 就是 干扰 或者失灵的情况下 引起的疾病 就叫做 Kreislaufsturm 最后一个词 Die Rationalisierungsmaßnahmen Rationalisierung 合理化改革 是我们在前一篇 阅读读课文中 出现的单词 同学们还记得 是什么意思吗 用机器来取代 人力 合理化改革 所以肯定是选择 解释4 Schritte zu optimierung 劳动力 以及更多的机器 降低成本的方法 Ja gut Jetzt sind Sie mit den meisten Wokam des Hörtextes vertraut Und wir können das Hörverstehnes machen 现在 课文中 大部分的单词 同学们应该 比较熟悉了 我们可以 一起来完成 这个听力理解 这边听力理解的任务 还是有一点难度的 Sie sollen den Text hören und ein Schema ergänzen 要求同学们 根据听力课文 来补全 下面这个表格 In dem Hörtext den wir bald hören werden wird das Leben eines Arbeitslosen dargestellt 我们即将听到的 听力课文 像我们展示了 一位失业者的生活 Und bei dem Hörn sollen sie die wichtigsten fehlenden Informationen aufschreiben 那么在听的过程中 请同学们记下 在听力课文中 出现的 但是在我们表格中 缺失的重要信息 还 brauchen sie sie alles verstehen und aufschreiben können 如果觉得 这个练习难度太高 同学们也可以 多听几遍课文 直到把需要的信息 听懂 并且能够 记录下来为止 Ja gut probieren sie mal Obsid der Erbom schaffen können 请同学们 试着完成这个练习 Lektion 20 Text D Kurt Wolf ein Arbeitsloser Kurt Wolf Kurt Wolf ist einer von etwa 3,8 Millionen Arbeitslosen die es zurzeit in der Bundesrepublik gibt Bis zum Februar 2009 arbeitete er als Schlossermeister in einer kleinen Fabrik für Landmaschinen in Rottenburg einer Stadt südlich von Hamburg Damals verdiente er umgerechnet etwa 1300 Euro Als er im Februar 2009 von dem Konkurs der Firma erfuhr war er genauso überrascht wie seine Kollegen Zunächst bestand noch Hoffnung auf Weiterbeschäftigung denn eine bekannte Firma die Continental AG eine große Gummireifenfabrik hatte das Werk übernommen Der Konzern investierte große Summen in den technischen Umbau und die Modernisierung des Betriebes Es wurde die neueste Computer- und Robotertechnik installiert Da die Produktion nun vollautomatisch ablief musste die Firma ein Drittel der Arbeitskräfte entlassen Rationalisierungsmaßnahmen nannte man das Kurt Wolf der damals bereits 49 Jahre war gehörte zu den Entlassenen Nach 24 Jahren Arbeit als Schlossermeister war Kurt Wolf plötzlich arbeitslos Seit seiner Entlassung hat sich sein Leben völlig verändert Mit dem Arbeitslosengeld in Höhe von 700 Euro kamen er und seine Frau zunächst noch ganz gut aus Das Problem aber war wie er nun den Tag verbringen sollte sein Leben lang hatte Kurt Wolf körperlich gearbeitet und war immer froh gewesen wenn er am Wochenende die Beine hochlegen konnte Nun hatte er plötzlich zu viel Zeit und wusste oft nicht was er mit seiner Zeit anfangen sollte Er fühlte sich überflüssig und langweilte sich Zwei Jahre später im Jahr 2011 hatte er keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld mehr sondern nur noch Anspruch auf Arbeitslosenhilfe und als das Arbeitsamt ihm im Sommer eine Stelle als einfacher Schlosser vermittelte nahm er sie an Im Winter 2011 2012 hatte die Firma aber so wenig Arbeitsaufträge dass der Betrieb ihn wieder entlassen musste Wegen seines Alters hat er bis heute keine neue Stelle gefunden Nach der neuesten Bestimmung von Hartz IV bekommt er vom Arbeitsamt nur noch 347 Euro Davon kann er inzwischen seine Drei-Zimmer-Wohnung nicht mehr bezahlen Das Auto hat er längst verkauft In letzter Zeit ist er wegen Kreislaufstörungen in ärztlicher Behandlung Immer häufiger sieht man ihn schon vormittags in der Kneipe in der Ecke sitzen Seine Frau sagt wenn er doch nur etwas zu tun hätte ist er dann zu sch in sch 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 die橡胶轮胎生产厂商 continental 接管了这个小厂 de Hoffnung auf etwas besteed 什么样的希望 还是存在的 我们知道希望某事 就是期待得到 所以我们用的介词是auf bestend就是存在 在自己的工厂倒闭了之后 对于Court Wolf 来说继续被聘用 就是viterbeschäftig用的希望 还是存在的 为什么呢 因为continental这家公司 接管了他们的小厂 continental这个品牌 不知道同学们知不知道 在我们中文被翻译成 马牌或者大陆 也是非常著名的 汽车配件制造商 接下来这个企业集团 在哪两方面投入了巨大的资金呢 他们在技术改造 以及这个工厂的现代化上面 投资巨大 Grosse sumen investieren 同学们注意 往哪里投资 我们用的是借词in etwas in etwas investieren es wurde die neuste computer unter robottechnik installiert 在工厂里 安装了最新的电脑 以及机器人技术 在工厂里 安装了最新的电脑 以及机器人技术 da die Produktion nun vollautomatisch ablief muss die Firma ein dritte der Arbeitskräfte entlassen 就是因为 现在工厂里的生产 基本上完全自动化 进行了 所以公司 不得不解雇 三分之一的劳动力 Rationalisierungsmaßnahmen nannte man das 人们把这个称作为 Rationalisierungsmaßnahmen 合理化改革措施 Kurt Wolf der damals bereits 49 Jahre war gehörte zu den entlassenen 而当时已经49岁的 Kurt Wolf 就属于被解雇的意愿 这里用entlassen的 第二分词entlassen 做形容词 来指那些 die entlassenen arbeiter oder die entlassenen arbeitskräfte nach 24 Jahren arbeit als Schlosser Meister war Kurt Wolf plötzlich arbeitslos 在做了 24年高级前工之后 Kurt Wolf 突然就这样失业了 从这个数字 我们可以推断出 Kurt Wolf 是在他25岁的时候 成为 Schlosser Meister的 好 这一段讲的是 2009年2月份 发生的事情 首先令人惊讶的是 Concurs der Fabrik 工厂的倒闭 那企业发生的变化是 Übernahme durch eine große Gummireifenfabrik 或者写Übernahme durch Continental 变化是 这家小工厂 被大企业接管 接手了 Übernahme 是动词 Übernehmen的名词 Fragen für den Betrieb 那对于这家小工厂来说 接管意味着什么 产生了什么样的后果呢 Installation der Neuesten Computer und Roboter Technik Entlassung überflüssige Arbeitskräfte 安装了最新的电脑 和机器人技术 但是多余的劳动力 多余的工人 被解雇了 而对于Court 个人来说 后果就非常严重 Mit 49 Jahren arbeitslos 我们也可以直接 arbeitslos Court 选了 Seit seiner Entlassung hat sich sein Leben Fürlich Verändert Zi从被解雇 之后 Court的生活 就发生了 彻底的变化 Sich Fürlich Verändern Mit的 Arbeitslosengeld In Höhe 从700 EURO KAMEN Er Und Sine FRAU ZUN NÊS NÊS GUN AZ ZI 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 KAU CI BAY AUD SHI JING TAKH 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 KAY GUT AUSKOMMEN IZI CI BAY AUD GOT HAM SEN HOLA DAS Problem ABS WaR WI NUN DEN TAKH Verbringen SOLT SOLT 那现在的 WENTTY SHI THA 如何 度过 这 曼长 的 E田 DEN TAKH Verbringen 因为 他 不用 KONSO 了 E田 24 小时 对他 来说 DOS FREIZEIT Sein Leben Lang Hatte Court Wolf KÖRP KÖR PEL KÖR BAY TAKH WR 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 ÄN Nun hat er plötzlich zu viel Zeit und wusste oft nicht, was er mit seiner Zeit anfangen sollte. 可是被解雇了之后,突然有太多的时间, 他不知道,用他的时间,他该去做些什么. Er fühlte sich überflüssig und langweilte sich, sich langweilen,就等于 sich langweilig fühlen. 他觉得自己是一个多余的人,也就是社会不需要的人,觉得无所事事. 这段描述的是, quote,失业之后的生活. Lebensunterhalt,生活来源. Arbeitslosengeld. 生活来源是依靠失业救济金. 注意这个 Lebensunterhalt,来自于动词词组, das Leben unterhalten. Unterhalten是不是很形象,在底下hold住,所以可以解释为赡养,抚养. 比如说 eine Familie unterhalten,值得就是养家糊口的意思. Betrag, 700 Euro. Problem? 核心, ratlos gegenüber der vielen Freizeit, das Gefühl der Überflüssigkeit und langweilern. 所面临的问题是,无所事事,不知道该做些什么. 被社会遗弃的这种多余的感觉,还有就是无聊的感受. 两年后,也就是到了2011年, 他再也没有权利要求失业金了,而是只能再去要求领取失业救助金. 这两个钱的款项名称是不一样的,可能失业两年之后就没有权利再去拿Arbeitslosengeld. 当劳动局在夏天给他介绍了一个初级前功的岗位的时候,他也只能接受. 因为德国的法律规定,当你在领取失业救助金的时候,如果劳动局给你介绍工作,你拒绝的话,那么失业救助金就会打折. 再给你介绍工作,再不接受,那继续打折. 可是这家新单位到了2011-2012年的冬天,因为也没有什么业务,就把它又给解雇了. 所以,2011年的夏天和冬天发生的事情,夏天是Agnammer eine Stelle als einfache Schlosser. 其实Kurt接受这份工作,他已经取救了,因为Einfache Schlosser拿的钱肯定比Schlosser Meister要来得少。 可是到了冬天, er neute entlassung wegen zu wenige Arbeitsaufträge,又因为公司或者说这个单位的业绩不景气,他又重新失业了. Wegen seines alters hat er bis heute keine neue Stelle gefunden. 由于他的年龙,在失业之后,他没有找到新的工作坊位。 Nach der neuesten Bestimmung von HALZ4, bekommt他从工作室只有347€。 根据HC4号方案的最新规定,他从务动局只能领取347€。 Davon kann er inzwischen seine drei Zimmerwohnung nicht mehr bezahlen. 只靠347€,他已经支付负担不起他的那个三居室的住房了。 Das Auto hat er längst verkauft, längst bedeutet schon. 汽车已经卖掉了. In letzter Zeit ist er wegen Kreislaufstürungen in ärztlicher Behandlung. 最近,他由于循环系统疾病,在接受医生的治疗. Immer häufiger sieht man ihn schon vormittags in der Kneipe in der Ecken sitzen. 人们越来越频繁地,可以在上午就看到他坐在酒馆的角落里. Seine Frau sagt, wenn er doch nur etwas zu tun hätte. 最后,使用第二虚拟表示的一个愿望从举. 但是,他要是有些事可以做,就好了。 最后,这一段是不是也非常有画面感,让人感觉非常的不忍呢? 这段介绍了Kuart迄今为止的状态. 他的生活来源是347€. Lebensstandard,生活现状, Verluste seine drei zimmer Wohnung, 因为课文里面说他已经无法支付了, Und Verkauf seines Autos. 健康状况也不好, Wegen Kreislaufstürungen in ärztlicher Behandlung. 我们这边给出的只是一些建议的答案, 同学们如果用原文中的句子,完全也是可以的。 那我们每个人对于自己可以做些什么呢? Ich glaube, Bessere Qualifikation oder bessere Unternehmen Sind vielleicht eine Garantie für einen guten Arbeitsplatz. 也许好的就业资质, 也就是好的学历, 好的能力, 或者说一个好的企业, 应该是避免失业的一份保障吧。 In der nächsten Stunde werden wir einen Text lesen, in dem darüber diskutiert wird, ob man in einem Konzern, in einem großen Unternehmen, oder in einem mittelständischen Unternehmen, oder in einer kleinen Firma arbeiten soll. 在下节课上, 我们将通过一篇阅读课文来讨论一下, 我们到底应该选择一个什么样的工作单位。 是选择大公司、大企业, 或者说中小型企业。 Ja gut, am Ende dieser Stunde noch eine muntliche Aufgabe. 好, 在这节课的最后, 书老师希望大家在独立完成一个口语练习。 Berichten Sie bitte anhand des Schemas über Kurt Wolf. 刚刚我们完成的那个表格, 其实已经非常详细了, 请同学们借助这个表格, 来讲讲Kurt Wolf, 他的生活变化情况。 石头 Wolf, 기도正面, 我 Devil Junkie的 server。 防 الا 同学们发现的 Late effectively irան真的是 M пож任, 所以说明 easternанию, 我的司会acy Vielen Dank. 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 Vielen Dank.